Liebe Schwestern und Brüder, ich stehe hier vor dem altehrwürdigen Kollegium Albertinum, wo ich zurzeit mich auf die Diakonenweihe vorbereiten darf. Ein altehrwürdiges Gemäuer und vielleicht fragt man sich da, was ist denn daran neu, wenn jemand heute noch auf die Diakonenweihe zugeht. Eine ähnliche Frage tauchte bei mir auf, als ich das Sonntagsevangelium las und mich darauf vorbereitete, was am Sonntag so auf uns zukommt. Jesus sagt uns darin, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Aber dieses Gebot findet sich auch schon im Alten Testament. Es ist so alt wie die Menschheit. Liebt einander. Und doch wird es neu, und zwar, wenn Jesus hereintritt. Es beginnt, eine neue Dimension zu entwickeln, eine neue Kraft. Sein Vorbild schenkt eine ganz andere Erfahrung von Liebe. Sein Beispiel ist bis heute für mich antreibend und kraftgebend und schenkt neue Hoffnung und eine neue Energie zu lieben. Und es ermutigt, immer wieder das Neue zu entdecken, wenn wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind, in seiner Nachfolge und in seinen Spuren.